ARD Text im Auftrag von Funk Was sind sie für ein... Was sind sie für ein Wendler? Wer bist denn du? Du bist doch der Kieletyp! Seppi? Servus Kieletyp! Seppi! Hältst du hier in der Stadt? Komm, tanzt mir ein bisschen! Nein, aber warum bist du hier in der Stadt? Ich bin unterwegs, ich bin eine Freise! Was machst denn du, Kieletyp? Mit dir habe ich nicht gerechnet! Nein, ich habe auch nicht mit dir, weil ich wohne hier ja eigentlich. Du wohnst hier? Ja, natürlich wohne ich hier! Weißt du, wo bist denn du da? Ja, ich weiss es nicht. Ich wohne ganz viele komische Leute manchmal. Aber du ähm... Kieletyp, wo wohnst denn du? In der Art von den großen Haucheisen? Ja, ja, dort wohne ich hier. Du bist ja Wahnsinn, Kieletyp! Na, wie leid sie dann? Ja, eigentlich ich ganz gut. Ich wohne es gut. Aber was machst du? Wo ist denn die Sarah? Also die Sarah, äh, die ist ähm... Ausgezogen, weil die hat jetzt einen Freund und ist jetzt... Woh? Na schau, die hätte ich gerne gesehen, die Sarah. Das ist mal eine Liebe. Kaschballtheater-Führerin oder so. Die ist die Chefin vom Kaschballtheater? Kennst du die? Na schau, äh... Wahnsinn! Wahnsinn! Ja, also... Wahnsinn! Das ist aus ihr geworden eigentlich. Äh... Und sonst... Ist auch eigentlich auf unserer... Auf der Insel sonst noch irgendwas passiert, oder? Na, alles gut. Alles gut. Alles gut. Ich habe alle Berge bestiegen und... Und jetzt machen wir da ein bisschen, äh... Will ich in die Stadt einmal reisen. Aha. Okay. Was ist denn... Weißt du? Kilotyp, da ist schon bald... Hey! Wer ist denn da jetzt? Äh... Ich glaube... Die Leute hier in der Stadt... Ich glaube, die sind alle ein bisschen dumm, die Knallt, Kilotyp. Ja. Äh... Was kann man da machen eigentlich in der Stadt, Kilotyp? Ja, also... Hast du schon ein Haus? Äh... Ja! Sicher! Das ist doch das da, oder? Hier bei diesen Wohnungen dort. Ja, genau da. Da willst du jetzt eigentlich... Ja, aber das ist ja eh das günstigste, was es hier so gibt. Ja, aber für mich war das viel, gell? Mhm. Kaub ja nix. Ja, also... Ich wollte dann sagen, ich muss da noch los, aber noch... Ja, Kilotyp, treffen wir uns einmal? Ja, können wir uns dann wieder mal treffen, also... Ich sagte, warte, ich wohne dort ganz vorne und so. Ja, ganz vorne irgendwo, das ist aber eine genaue Beschreibung. Ja, okay, dann komm her, kommst du hier rüber. Ja? Da bei diesem Haus da, neben dem Juwelier einfach. Eigentlich da vorne? Ja, bei diesem Haus. Ja, aber das ist nicht das Hochhaus. Du hast mich aber ganz lange angehoben. Du bist aber schon Schwedandler. Äh, nein, nein. Äh, so, dort wurde ich, okay? Okay, dann gut. Dann gehe ich jetzt... Dann gehe ich jetzt in meine Wohnung, und du gehst deine Schweders. Ja, okay, dann noch schön. Da bist du später kinder drin. Ja, und viel Spass bei dir, was du auch immer so machst. Ja, nur Blödsinn. Ja, okay, dann tschüss. Oh, das war ein gutes Mittag geschlafen, aber jetzt ist es schon ganz dunkel, aber ich kann auch ein bisschen spazieren, glaube ich. Oh, schau, meine Wohnung, die ist so schön. So schön. Ja, da gehen wir mal raus. Schauen wir mal, wo es da aus ist. Oh, das ist eine schöne Stadt, ist das. Das ist wirklich gut geschaut. Der hat da den Ball liegen gelaufen. Was ist denn das? Das ist das Haus vom Killer-Typ. Nein. Killer-Typ. 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 Killer-Typ, wo bist du? Ha, 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 ha. Seppi. Hey, wer bist denn du? Ich bin der Mitch. Kennst du mich noch? Du bist der Mitch? Ja. Na, wie schau's denn du jetzt aus? Was ist denn mit deinen Nosen passiert? Ich hab' mich mit der Dunkelheit vermacht. Wo? Und jetzt hab' ich Killer-Typ hier gefangen. Wo? Wo ist der Killer-Typ hin? Gefangen. Ha, ha, ha. Du bist ja ganz ein böse Mensch. Und hier ist meine Armee. Oder ein Beinziehen von meiner Armee. Ha, ha, ha. Da geh weg von mir, du Schüchers. Ha, ha, ha. So, jetzt schau's mir mit, wo der Killer-Typ ist. Du wirst bald noch eine Nachricht bekommen. Kommt, gehen wir. Also, Killer-Typ. Ich muss den Killer-Typ retten. Ha, ha, ha. Was ist mit diesem Mitch-Klaus? Ha, ha, ha. Das ganze Haus, alles kaputt. Meine ganze schöne Wohnung, alles zerstört. Das ist ja Wahnsinn. Die ganze Stadt brennt. Truppen, da ist einer. Ha, ha. Wer war das? Da schießt jemand. Ergeben sie sich. Oh Gott, die kommen, die wollen mich fangen. Was ist denn das? Ist wieder weggelaufen. Das muss die Festung. Das muss die riesige Festung sein. Da haben sie sicher den Killer-Typen gefangen. Ah. Da werde ich jetzt hingehen und werde alle besiegen und den Killer-Typen befreien. Seppi!